so hallo wir machen weiter bei super maio maker 2 das letzte mal haben wir uns den neuesten lindschi speedrun angeschaut und jetzt gucken wir mal ob sich hier was neues getan hat ansonsten würde ich ganz gerne mal dings machen ach so er gut er hat jetzt dinge hochgeladen dass sie gerade gesagt es gibt eine konversion bald von der star und hier wird ein video hochladen wie man den sprung macht am anfang dann kann ich jetzt mal angucken dass ich zumindest die technik weiß wie die gedacht ist ich mir kurz die zwei level ich meine der baut ganz coole sachen let's go halloween morning und dann würde ich sagen wenn nichts zu tun ist buch hilfe mein kabel macht quatsch so dann würde ich sagen wenn nichts zu tun ist machen wir denn ein ding speedrun einen nach weiste schon super expert zumindest anfangen je nachdem wie weit wir da kommen und je nachdem wie lange ich hier dem level sitze ah das war jetzt natürlich toll ich hoffe ich brauche die fehler nicht aber er baut ja eigentlich nette level zumindest was diese welt hier angeht das kreise level war natürlich nicht nett von ihm aber hier scheint ja eine normalen in anführungszeichen heck zu bauen nach geheim da oben war eine plattform hier wieder eine fehler irgendwo nein diesmal eine blühe auch die nehme ich ganz er gibt mir eine blume genau vor einem cooper den ich nicht abschießen da ich kann es nicht wir setzen airmaid willi kannst du doch nicht ach mann Was ist das? Da hat jemand auf jeden Fall nachgedacht bei der Vergabe von Power-Ups. Ach, falsche Richtung. Nein! Nein! Ich will schnell machen. Gerade will ich auf schnell machen, weil ich gemerkt habe, das kann man recht gut durchrennen, das Level. Wie komme ich da hoch? Ach so, mit der Feder. Ja, klar. So, behalte den Quatsch. Wait! Ah doch, das funktioniert noch. Hä? In dem Moment, die schiezt die ja selber runter. Hä? Hä? Ich habe nur einen im Versuch, um da hochzukommen. Danach schießt die sich runter. Oh Gott, die Stelle ist ja richtig fies. Oder bin ich zu blöd für die Stelle? Frage für einen Freund. Ich hasse Notenblöcke. Ich hasse Notenblöcke. Geht heim. Geht heim, ihr blöden Blöcke, ey. Aber dann will ich den auslösen. So. Ich würde sagen, holen wir halt mal den Pilz, aber war eine schlechte Idee. Wow. Dann macht man so einen Quatsch. Könnt ihr wahrscheinlich sogar... Nee, kann man nicht... Nee, 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 nee. Das ist zu hoch. Ach, geht... Nee! Grrrr. So, jetzt machen wir das aber richtig. So. Nein! Habe ich jetzt den... Ich wollte... Ich wollte auf... Hä? Ich wollte auf Neustart. Hä? Wie habe ich das denn jetzt gerade? Oh mein Gott. Mein Besser ist, ihn versehentlich zu buhen, aber... Uff. Ach, jetzt bin ich ungeduld... Jetzt bin ich wieder ungeduldig. Es bietet sich halt auch nur so halb zum Rennen an. Man kann zu viel... Es sind zu viele riskante Sprünge drin. Das ist das Problem. Zu viele Stellen, an denen man schnell mal struggelt. Okay. Warum kein Checkpoint? Warum nicht hier einfach mal ein Checkpoint setzen? Die sind nicht... Die gibt es gratis. So. Weißt du? Ach so! Ach so ist das. Ja, das habe ich nicht gewusst. Da ist mein Checkpoint. Da ist eine Feder. Die nehme ich jetzt aber mit. Ei, 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 ei. Okay. Ich werte, die Feder wird mir gleich noch einen Nachteil bringen. Hä? Sinnvollster Raum ever. What? Hä? Okay. Alles klar. Nehme ich. Das war ein bisschen verwirrend jetzt am Ende. Ach so, die rechte Tür war verknüpft mit der oberen. Ja, okay. Verstanden. I guess. Okay. Ghost House Tower. 2,02 Prozent. Das reizt mich natürlich. Zehn Minuten zehn. Der Weltrekord. Gut, da haben wir nur zwei Leute geschafft. Das heißt, das kann einfach... Kann einfach jemand sehr lange gebraucht haben. Ja, dann gucken wir doch mal. Da bin ich jetzt aber ganz besonders gespannt. Oh, das ist drei... Dingsland. Wow, wow, wow. Das waren eigentlich coole Speedrun Tactics, wenn ich nicht dann gestruggelt hätte. Okay, hier geht's noch weiter. Aber nur zu nem... Wahrscheinlich Leben. Also muss ich schon in die Röhre. Okay. So, den nehmen wir uns aber mit. Diesmal richtige Speedrun Tactics. So. Okay, das Ding da oben lassen wir in Ruhe. Ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwo ein Schlüssel drin ist. Das wär dumm. Aber dann käme ich jetzt nicht zurück, dass wir auch wieder relativ vergebaut haben. Wow, 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 ich seh das. Okay, nein! Ach, komm her! Worum bin ich denn so? Ach so! Komm rüber. Okay, 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 okay. Ah. Dem wird es nicht reichen, ne? Natürlich nicht. Okay. Krieg ich da nen Pilz raus? Yes. Den nehm ich dann doch nochmal mit. Okay. Das sieht schon ganz cool. Oh mein Gott. Okay, da ist einer. Nice. Ach, ich muss sie besiegen. Jetzt seh ich die erst. Nice. Tschüss. Und einmal noch. Wir müssen nur gucken, wo sie landet. Komm. Sweet. Okay. Ah, nice. Progressive Item. Nein! Oh Gott. Ich dachte schon. Okay, egal, egal, egal. Wir sind durch. Oh boy. Nein! Den habe ich zu spät ge... Ah. Voll reingefallen. Aber okay. Guter Troll. Guter Troll. Ja, jetzt bin ich... Jetzt habe ich die Blume nicht mehr. Das ist jetzt scheiße. Jetzt hänge ich an der Stelle leider ein bisschen wahrscheinlich fest. Weil jetzt da nicht so schnell durchkomme, wie ich gerne durchkommen würde. Ja, weil jetzt habe ich... Oh mein Gott, jetzt muss ich an dem vorbei. Ja, das... Ah, das wird jetzt blöd. Ah, entweder ich muss da den Pilz behalten. Bei den Ameisen. Wow, 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 wow. Das war nicht, was ich wollte. Jetzt sehen wir, woher die 10 Minuten beim Weltrekord kommen. Leck mich doch. Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Ja, toll, so. Und jetzt muss ich hier... Ich weiß halt nicht, wie ich da springen muss, dass der mich nicht trifft, wenn ich klein bin. Ich muss da groß hin. Ich muss da definitiv groß hin. Okay, da kommt man ganz gut rüber. Das geht sogar. Okay, ich komme sogar da durch. Sehr schön. So. Der interessiert mich nicht, nur der interessiert mich. Ah, den habe ich zu spät gesehen. Ah, das war ärgerlich. So. Einfach hoch. Blume. Raus. Nein, da geht... Das habe ich nicht bestellt. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Die, den Bosskampf habe ich nicht bestellt. Übertreib. Danke dafür. Ah, Mist. Ja, jetzt kriege ich wieder... Jetzt kriege ich nur den Pilz raus am Ende. Oh, boi. Oh, boi. Oh. 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 Ich komme nicht... Ich komme da nicht raus. Ich muss... Boah, das wird heftig. Das wird heftig. Ich müsste irgendwie versuchen, auf die Dinger draufzukommen und dann nur runterzupfen, wenn er gerade sich wieder beruhigt hat. Wenn ich da draufbleibe, also in der Fläche, in der Arena selbst, wird das echt unangenehm. Na, super. Wird das echt unangenehm. Ja, keine Ahnung, wie ich da durch soll. Ah, doch, ich weiß. Ich bin blöd. Ich habe einen Weitsprung. Der sollte funktionieren. Der sollte das Ding umgehen können. Der sollte das Ding umgehen können. Ah, okay. Jetzt müssen wir es eh testen. Achtung. Ja, wenn ich weiter oben das mache, umgeht er das. Okay, das haut hin. Wenn ich das weiter oben mache, dann umgeht er das. Oh Gott, wir werden über die 10 Minuten kommen, wenn das so weitergeht. Mist. Mist. Okay, aber das war die Idee mit dem Weitsprung. Funktioniert. Ich muss oben drauf kommen. Yes. So. What? Wieso habe ich den jetzt nicht... Oh. Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Drama. Na, super. Drama intensifies. Drama intensifies. Ah, verdammt. Nein, hoch! Ich komme nicht hoch! Ich komme nicht hoch! Nein! Mach dich weg! Gott des Willen! Oh, meine Herren! Dann sterbe ich doch an den Mäusen, genau. Das war intens. Ja, okay, es waren 5 Minuten. Es kam mir echt vor wie 10 Minuten. Oh, mein Gott. Schwitz. Alter. Alter. Okay. Wenn wir schon bei Air Maid Warn kommen, spielen wir noch ein Level von ihm. Vielleicht mal eins der ersten. Oder einfach das erste. Okay, er hat auch schon eine relativ niedrige Clearweight. Ein Level, welches ich im letzten SMM1-Stream gebaut habe. Mhm. Bin ich aber gespannt. Okay, bisher sieht das ganz normal aus. Fühlt sich auch normal an. Okay. Soweit, so gut. Ach, geh weg mit Winden. Keiner braucht die Winde. Geh weg mit Winden. Keiner braucht die... Oh Gott, da reinfallen wäre auch nicht so cool. Okay, so weit, so gut. Nein, da. Checkpoint. Ah. Ciao, Bowser. Das war kurz das Vergnügen mit dir. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte auf die Plattform warten. Aber ich habe ehrlich gesagt... Wait, 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 wait. Ich muss hier fliegen. Sheesh. Alles... Alles klar. Das war doch ein nettes Level. Das war doch ein nettes Level. oi,oi,oi,oi,oi,oi,oi,oi,oi,oi,oi,oi,oi. Und den Rekord geholt. Sehr schön. Für ein Level, was schon lange, lange da ist. Wie viel hatten wir es jetzt schon gespielt? Ja, gut. So viel war es jetzt auch noch nicht. Hartrute. Hartrute, natürlich. Hartrute. Mal gucken, was für... Was für die in die Hartrute ist. Noch gibt es keine Auswahl. Äh, okay. Äh, okay. Ist das jetzt die harte Route? Ich habe keine Ahnung. Oder haben wir noch gar nicht die Auswahl gehabt? Ich habe halt jetzt nicht gewusst, wo die harte Route ist. Ist das jetzt die harte Route oder ist das da drüben? Okay, ich glaube, das da drüben ist die harte Route, was ich gegangen bin. Aber er sagt es halt nicht. Das wäre wahrscheinlich in der Beschreibung gestanden, ne? Die ich nur bedingt gelesen habe. Das wäre ziemlich sicher in der Beschreibung gestanden. Wait, wie soll ich jetzt eigentlich ohne... Oh, das war blöd. Oh, meint, das kann ich, 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 das kann ich. Tricks. Wait. Ah, Mist. Ich müsste den Pilz halt behalten. Ich habe ein Problem. Das war's. Ja, das war's. Ah, denk it. Wenn ich eh den Pilz verliere, wollte ich auch gar nicht den Pilz mehr immer wiederholen, ne? Was mache ich? Wieso komme ich da nicht mehr hoch? Wieso komme ich da plötzlich nicht mehr hoch? Was tue ich denn? Das hat doch vorhin auch funktioniert noch. Alter! Das war nicht, was ich wollte. Aber jetzt komme ich... Yes! Oh nein! Okay, ich muss oben wechseln. Oh, Mist. Ja, okay, es funktioniert nicht ganz so gut, wie ich mir das erhofft hatte. Weil die Röhre nach oben kommt. Ah, da hat er gut gebaut. Hat er gut gebaut, hat er nachgedacht. Leider. Das läuft schon besser. Das war nicht so gut. Das ist halt ein Problem, ne? Das ist... Oh Gott, das ist halt... Puh. Das blöde ist, wir können jetzt nicht sehen, wie der Weltrekord für die harte Route ist, weil der Weltrekord natürlich für die leichte Route aufgestellt wurde. So, jetzt kann ich mit dem Damage Booster hoch. Das war nicht der Damage Booster, den ich meinte. Nein! Oh, no! Ich wollte den eigentlich ein bisschen später Damage boosten. Das war jetzt gar nicht mal so gut. Lull! Oh Gott, yes! Oh Gott, yes! Lass mich in Ruhe. Jetzt nur nicht mehr verlieren hier irgendwas. Okay. Uff! Ja, die harte Route war schon... Jetzt muss ich mal gucken in der Beschreibung, ob das wirklich am Ende war, dass die einfache Route. Das wäre es ja. Mal schauen, was er geschrieben hat. Left ist hart. Ja, okay, danke. Dann passt die Geschichte. Ich habe schon Angst, wenn ich den Weltrekord sehe und die Clearweight. Aber irgendwie muss ich mich ja immer selber quälen. Warum starte ich solche Level halt am Ende? Ja, ich starte solche Level und dann habe ich den Anspruch, sie zu schaffen. Aber warum starte ich sie überhaupt? Was ist dieses... Dieser Gedanke? Okay. Yo, 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 yo. Was? Okay. Also ich hoffe, ich kriege vor dem Hard Climb noch einen Checkpoint. Weil das habe ich nicht die Lust, jetzt immer wieder zu spielen. Dankeschön dafür. Und dann ist das, wo der Reset dürfte, wenn man runterfällt. Alles klar. Na dann, climb wir mal hart. Nach oben. Und mehr Reset-Türen. Das ist schon mal cool. Ja, wenn die Dinger wahrscheinlich wechseln oder so, keine Ahnung. Oh boy. Kann ich schon grob sehen, wohin ich muss? Ja, da hoch. Also ich muss warten. Fährt jetzt rein? Ja. Tschüss. Okay. Was ist hier ein Checkpoint oder was? Nice. Nice, nice. So weit ist die Schwierigkeit noch nicht da, aber das kommt wahrscheinlich gleich. Das kommt hundertprozentig gleich. Aber es ist gut, dass da Checkpoints sind. Das war der Falsche. Da drüben ist noch eine, ne? Ja, hier ist noch eine. Okay. Jetzt wird's eisig. Okay. Das ist wohl der schwierige Teil. Wie soll ich denn... Hä? Ich hätte ein paar Ideen. Ich hätte ein paar Ideen, wenn ich das mir so spontan angucke. Das wollte ich nicht. Na, das wollte ich auch nicht. So, einmal hier. Und einmal hier. Ich denke mal, in dem Block wird nur ein Leben sein. Sollte da allerdings eine Katze oder so sein, dann wäre das ärgerlich. Okay, das hat schon mal funktioniert. Okay. Wie soll ich jetzt da rüberkommen, Kollege? Mit einem gewagten Sprung. Okay. So, jetzt ist es richtig, auf jeden Fall. Jetzt muss ich dann... Warte, 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 warte. Wie hoch springe ich? Das sollte reichen. Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott. In der Theorie funktioniert das, was ich vorhabe. Das ist jetzt blöd. Okay, man kann da wieder zurück. Das ist schon mal gut. So, lass den so jetzt. Okay. Nein! Das war so falsch. So wollte ich das jetzt nicht. Ärgerlich. Ärgerlich. Komm hoch jetzt da. Okay, wir müssen ganz kurz gucken. Ach nee, das geht ja eh schneller. Da komme ich ja dann durch die Wolken raus, ne? Ja, das geht ja eh schneller als die Röhre. Okay. Dann passt das ja sogar. Okay, wir gucken mal, dass wir den Pilz behalten. Nice. Und jetzt ist nämlich die ganze Geschichte viel angenehmer. Jetzt kann ich nämlich sogar Damage-Boost. Das war nicht ganz der Damage-Boost, den ich erwartet hatte, aber gut. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst wird's kritisch. Okay. Wait, da drüben ist... Hä? Was macht der da oben? Ich glaube, der geht einfach nur runter, oder? Ich geh jetzt da rein. Keine Ahnung. Okay. Hätte der da oben getrollt? Kommt da irgendwas raus? Oh, natürlich kommt da was raus. Krieg ich hier nochmal einen Pilz oder so? Wozu ist das hier da? Oh, das ist nicht das, was ich wollte. Mist. Oh nein. Ah, die schießen nicht. Ah, die schießen nicht. Die schießen nicht. Ah, die schießen schon. Aber, dann krieg ich die weg. So. Hier schön in Ruhe. Komm raus. Tschüss. Geh hier kein Risiko mehr ein, Freunde. Nein! Dich nehme ich mit jetzt. Oh Gott. Oh, yes! Oh, der letzte Sprung. Oh, hätte mich das jetzt geeingert. Puh, es darf auch mal gut gehen. Ausnahmsweise. Eieieieiei. Oh. Okay. Das war das. Danke fürs Zuschauen. Haben wir doch nur Airmade Level gespielt, aber die waren ganz lustig. Wie gesagt, kann man ab und zu mal machen. Und tschüss.